Hennessey mit Mountain Dew! Was ist denn mit dem? Ich mische den, Hennessey mit Mountain Dew! Ja meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zum Ultratalent! Ich hab, ähm, Freddy, was hab ich grad an? Was ist das? Ultratalent! Ultratalent! Das ist mein... Ultratalent! Merch, den könnt ihr ja jetzt käuflich erwerben. Gut, alles klar, fangen wir an mit Marco. Marco, was kannst du? Hallo! Marco, was kannst du? Ich kann ein Counter-Strike spielen, Marco. Rap machen. Okay. Warte. Warum wepp ich nur von Sissis machen und schlampen, die ich bumsweil? Alle meine Fans... Alles klar, gut, das war feinlich genug. Machen wir weiter mit jemandem, der Klavier in Gut Techno, Lea, heißt sie, ja? Klavier in Gut Techno, hallo Lea! Hi! Hallo, guten Tag! 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 Was kannst du? Ähm, von Oliver Hasens Melody zum Beispiel. Ich kann aber auch was... Ne, ich will Melody hören. Find ich einen sehr geilen Track. Mhm. Geht cool. Dann fang ich mal an, ne? Mhm. Von Crow. Ich weiß aber nicht, ob das zu laut ist. Mach einfach. Mach einfach. Alles klar. Mach mal! Das ist jetzt Melody von Crow. Ist das von Crow, das? Halt's Mauer, jetzt! Als ob ihr es einfach kann, das ist mega geil, das Lied. Kennst du das, Freddy? Von Crow, Melody. Äh, ja, gut. Das ist es nicht. Denn mein Nachbar hört jetzt Rap, ob er will oder nicht. Boah, ich feier diesen Track so. Ich hab den geschrieben, ne? Halt's Maul doch jetzt endlich! Mann, ich genieße voll die Musik. Und du laberst die Hände auf irgendwas von Crow und... Du kannst nicht mal schreiben. Ich kann auch nicht schreiben. Ich bin auch... Hauptdamer... Weiß nicht für wen... Mann, ich hab den Maul! Lea! Ja? Dankeschön. Du bist sehr talentiert. Dankeschön. Das klingt gut. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, bitte. Schwänzle mit viel Soße, Angie, Marie und Paul. Alles klar. Grüß, Dobe. Schwänzle mit viel Soße. Ist okay. Wie kann jemand gelangweilt singen? So, hallo, Reven Seind. Guten Tag. Kannst du, ähm, Charlie... Herzlichen Glückwunsch, Sang, bitte? Herzlichen Glückwunsch, Charlie. So, okay. Dann lege ich jetzt los, okay? Ja, ist lustig irgendwie. Vom Zufall her, ne? Aber ist okay. Mach ruhig. Viertmal Geburtstag, deswegen... Achso, ja, gut. Ich heute. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, ich seh. So, Titel ganz ganz dicke Titten, okay? So. Lange blonde Haare, blaue Augen, ach wie schön. An einen heißen Sonntag hab ich sie baten sehen. Das ist der Vater, Alter. Ich bedanke auf den Baum, hatte Beine endlos lang. Doch da war noch was anderes, was ich an... Wann hat der Loll? Ja, war gar nicht so gut. Warte. Ja. Die harte ganz ganz dicke dicke Titten. Ja, alles klar. Ja, ja, okay. Ja, war, ähm... Weißt du was für ein Typ gewesen? War das der Vater von dem? Versteh ich nicht. Machen wir weiter hier mit einem Song mit Rage-Momenten. Hallo. Hallo. Die scheiße Malte. Ja, hallo Malte. Halt die Frette! Alles klar Malte. Das ist kein Song. Sing mal. Malte? Ja? Ja. Sing mal. Ich heiße Malte, komm aus Ohl. Halt die Frette! Ich heiße Marvin. Halt die Frette! Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ne, es ist ja auch immer interessant, wenn wir so ein paar schizophrene Leute dabei haben. Wagenstörde immer dabei wieder. Ne? Ja, hier haben wir den Adam. So, Halle, was kannst du? Äh... Baby, alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön, Taddle. Dankeschön. Ey, warte, ich muss kurz mein Mikrofon umstellen und in der Zeit könnt ihr euch sagen, welches Lied. Also ich könnte Lil Wayne machen, ein Lied, Lollipop oder halt von Dead Adam. Dead Adam. Will Dead Adam. Welches von Dead Adam? Ja, das dürft ihr entscheiden. 700 Main Street oder Hennessy Mountain Dew. Ich will Hennessy Mountain Dew. Ich will auch Hennessy Mountain Dew. Ich will auch Hennessy Mountain Dew. Okay, eigentlich muss ich sagen, bin ich auch für Hennessy Mountain Dew. Alter, der ist schon... Alter, der ist schon... Okay, mach mal. Bin ich schon im Modus? Ich bin so fly. Okay, mach. Okay, alles klar, ich bin bereit. Okay, los. Ähm, leider ohne Musik, aber... Ja. Kein Ding. Kurzer Moment, bis es bei mir läuft. Dead fucking Adam, dead dead fucking Adam. Yeah. Äh... Hennessy und Mountain Dew. Hennessy und Mountain Dew. Ein Schluck und das Leben blüht Bernstein auf mir. Hennessy und Mountain Dew. Ich mische den Hennessy mit Mountain Dew. Heute gibt es kein Besuch, nehm einen Zug. Erzeuge wollt mir im Raum, heute gibt es nichts zu tun. Taddel. Sonnenlicht fällt durch die Chalusin und landet in meinem Paradies. Jeder versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Kalle, sagst du jetzt mal auf zum Lachen, oder? Ich bin ja witzig. Was ist denn mit Taddel los? Was ist denn mit Taddel los? Ja, cool, danke. Der hat ein Stock im Arsch. Danke, Taddel, ne? Äh, ja. Möchtest du auf ihn grüßen? Ja, ich spitz noch mit Sauce, bitte. Äh, mit viel Sauce. Alles klar, tschüss. Was machen die alle die ganze Zeit? Hennessy, ey, ey. Ja, das ist blöd, man kann mit Taddel nicht mal nochmal reden, ne? Ich hab dir mal dieses Ding im Hals. Ähm, aber weiter. Mit Beatbox Phil und Beatbox Brandon. Hallo. Hallo, ihr gehört zusammen, nehm ich an. Ich bin Phil. Ja, genau. Brandon, Alter. Seine Brüder. Das ist jetzt ja nie so ne übelste Travestie-Show, bitte. Phil Brandon. Einmal Arsch und Beuro. Alles klar, Jungs. Alles klar. Ja, macht mal. Also, komm. Aber, wir haben euch jetzt genutzt, weil er kann Beatbox und ich macht da Beat. Aha. Ja. So, pass auf. Ich hab mich voll genutzt. Freddy? Ja. Nee, können wir eigentlich noch. Freddy? Freddy? Ja gut, Jungs, war kacke, ne? Habt ihr selber gemerkt? Äh. Ultratalentverbot, alles klar, macht's gut. Missgeburt. Ja, ne? Ähm. Ähm. Ja, gut. Ey, Riffy. Kannst du auch Beatbox? Ja. Haaaaaaah. 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 Haaaaaaaah. Haaaaaaah. Alles klar. Dann haben wir hier noch ... Was ist die gute Idee, um an das Internet zu stellen? Haah. Ähm. Na gut. Was ist mit nem Enten Song? Guten Tag, mach mal. Hallo. Mach. Ähm, ja, warte ganz kurz so jetzt. Ja. Das ist ein YouTube-Video Er spielt einfach nur ein Video ab Warum spielst du ein YouTube-Video ab? Hast du einen Traum? Ja, super, cool Bin nach wie vor immer wieder beeindruckt Die Arbeit die Leute hier können Kommt bald ein virale Video-Boy, der einfach virale Videos abspielt Ist super für ein Teamspeak, Alter Hier kann noch jemand Nutten aufreißen in der Schweiz Du kannst Nutten aufreißen in der Schweiz Du bist gemutet Alles klar, verpiss dich Ja, super, nee, ist top Also die Leute, die Kandidaten, die sind heute Dann können wir weiter hier kommen Hier in der Mailgeburt Oh mein Gott Ja Hi Okay, hallo Hallo Ich hab mir noch ein bisschen gewonnen Und zwar, ich wollte dir Eigentlich haben die unten gesagt Dass du eigentlich keine Geburtstagswünsche willst Ja Aber wir haben gesagt, ausnahmsweise Okay, dann mach mal Ist okay, ich hab dem auch noch nicht gratuliert heute Einmal hab ich versucht Halt es mal, du hast mir dreimal gratuliert Auf drei Plattformen, du spast Auf dem Profil hab ich versucht, dich zu zeichnen Es sieht aus wie ein 40-jähriger Pädophiler Ja, so wie ich halt Ja, find ich schön Also ich hab versucht, dein Merch drauf zu machen Falls man es erkennen kann Ja, das hab ich auch grad an Kann man jetzt kaufen Über Evolve, Leute Ne, ehrlich Jetzt kauft Ja, okay Mach Willst du singen? Ähm Also ich kann Ich Wird nicht singen Aber ich wollte dir eigentlich Mach einfach, komm Okay Ich hab jetzt mal das auf Twitter rausgesucht Was die alles gesagt haben Und was die auch auf Insta geschrieben haben Und was ich dir noch sagen wollte Und zwar, dass du uns mit deinen Videos einfach richtig glücklich machst Manche einfach aus ihrer depressiven Phase oder sowas einfach rausholst Oh, das ist kai Und dass du dich mit deiner Art einfach so ehrlich und einfach so viel glücklich machst Mit deiner Glücklichkeit Oh, das ist nett Und dass auch deine, dass diese Community einfach eine tolle Zusammenhalt hat Und sich auch gegenseitig hilft Ja, hab ich gemerkt Ich fand das super süß mit den ganzen Videos Vielen, vielen Dank dafür Das ist ein wirkliches Ultratalent Ja, gut Vielen Dank dafür Mach's gut, ne? Ah ja, darf ich noch jemanden grüßen? Ja Ein paar Personen Also einmal unten Spätzle mit viel Soße Dann Vanessa und Andi Mr. Tato's Forever, ich liebe euch Okay Ähm, Nils und Becker, danke Rebecca Ciao, ciao Dass du immer zu mir hältst Tschüss Das war niedlich, oder? Das war wirklich süß Ich fand's süß Das war wirklich süß Das ist ein wahrer Untertalent Verstehen alle immer nicht, was die mit den Leuten sind Emotionale Stärke ist ein wahrer Untertalent Emotionale Stärke, ja Und der Bart von Freddy So, hier haben wir Feuerwehr Daniel Hallo Feuerwehr Daniel Hallo Hallo Was kannst du? Nein Daniel Ich kann singen Ja, mach mal bitte Oh, wie süß Okay, aber nicht spannen, okay? Nein, nein Okay Ich süß Alarm, es kommt ein Notruf an Feuerwehrmann Sam ist unser Mann Wiu, wiu, wiu Ganz egal, was auch passiert Er bleibt ruhig und konzentriert Denn er durch jeden Brand Ja, Feuerwehrmann Sam Und so süß Dafür ist er bekannt Ja, Feuerwehrmann Sam Was immer dich bedroht Sam hilft dir in der Not Aber gut, Daniel Danke, Daniel Danke Mach's gut, ne? Alles Gute noch Dankeschön, dankeschön Mach's gut, ne? Darf ich noch einen grüßen? Ja, klar Ähm, ich grüße Lena Weil ich spiele mit der In meinem Sandkasten Traktor Okay Alles klar, Daniel Tschüss Okay, tschüss Ja, da haben wir zurückgeblieben Das ist auch schön Im Wege Das war schon süß, oder? Das war schon niedlich, ja Alles war halt irgendwie Mit so einem Stimmverzerrer bestimmt Aber das war schon süß Hier kann jemand Klavier die Revolutions-Etüde Hallo, ja Guten Tag, mach mal Ich war auch schon mal dabei Okay Ich auch Da hab ich Sturmsonate gespielt Dein Bruder Kannst du dich erinnern? Sturmsonate Mach einfach Ich hab hier das gecheckt Ich glaub, er ist Innerlich sehr zerrissen Und er ist sehr, sehr sauer Über das aktuelle Politische Gefilde in Deutschland Man merkt Wie die Spannung Ihn innerlich zerreißt In Deutschland Und er quasi Seine Wut über die Musik Ausdruck verleiht Er versucht einfach Die Missstände In Deutschland anzusprechen Dreimal in Deutschland Alles klar, dankeschön Ja Jo, kein Problem Okay, tschüss Darf ich gerade noch zwei Leute grüßen? Ne, einen Deutschland Muss ich entscheiden Drei, zwei Argentinien Ach Gott, was ist denn das schon wieder? Was ist das wieder? Ich hab schon wieder Irgendwann einen Trend verpasst Das ist immer ansprechen, Alter Hier Gori, du kannst Lemon Tree singen Ja Nice Paarler hat mir heute einen Limonenkuchen gemacht Da hat Tyson drüber geleckt Sehr schön Ja Okay I'm sitting here in a boring room Room Just another rainy Sunday afternoon Noon I'm wasting my time I got nothing to do I'm hanging around and I'm waiting for you But nothing ever happened Happened And I wonder I wonder what Wonder what? Wonder why? Okay Okay, jetzt Adele dazu So, jetzt Adele Komm, einsteigen einfach Einfach einsteigen Einfach einsteigen Ich möchte jetzt einen Kanon Ja Das klang sehr schön Das war's davon Wenn ihr genauso krass sein sollt wie ich Kauf dein Merch Alles gut Bis zum nächsten Mal Tschüss Ich möchte surge ich komme Alsoere Ich möchte und contributed Ich acho